Die 5 lustigsten Wichtelgeschenke, let's go! Toilettenpapier, was aussieht wie Dollarscheine. Ich meine, was gibt es für einen besseren Flex auf der Toilette? Einmal mit Geld den Arsch abwischen. Den kleinsten Staubsauger der Welt. Ich weiß nicht, wofür man den braucht. Aber anscheinend für Krümel auf den Tisch. Für die, die sich unsicher fühlen, Baseballschläger. Ich meine, das ist cool irgendwie. Eine Bierdeckelpistole. Das ist nicht nur ein Bieröffner, sondern du kannst die Dinger auch noch verschießen. Ich will das haben. Und für die besonders reichen unter euch. Eine goldene Toilette für 400 Euro. Wer will nicht auf 400 Euro scheißen? Bei 30.000 Likes kommt noch ein Partner mit besseren Ideen.